Hallo, ich bin Hans-Peter Zimmermann, Privatpilot für Helikopter und Flächenflugzeuge. An manchen Orten hat der Lärmschutz Priorität vor der Sicherheit. Und genau das ist einem erfahrenen, verantwortungsvollen und recht bekannten Piloten 2006 zum Verhängnis geworden. Nicht nur ihm, sondern auch seinen fünf Passagieren. Diese Tragödie schauen wir uns gleich im Detail an, aber zuerst, wie immer, unser gemeinsamer Blick aufs Leben. Ein Kommentator, ich habe ihn natürlich ausgeblendet, weil ich nicht möchte, dass er sich blamiert, der hat geschrieben, was ich da tue, das sei Narzissmus pur. Als langjähriger Trainer für Psychopathologie fühle ich mich da natürlich herausgefordert, ein bisschen aufzuklären. Was ist Narzissmus eigentlich? Wenn ich einer wäre, ein Narzisst, würde es nicht viel bringen, wenn man es mir sagt, weil Narzissen haben keine Krankheitseinsicht. Und man darf nicht vergessen, Narzissmus ist eine schwere psychiatrische Störung. Es gibt so drei Hauptkategorien bei den psychiatrischen Störungen. Neurosen, sind wahrscheinlich vielen bekannt. Psychosen, eine schwere Störung mit Realitätsverlust. Und dann gibt es noch die Persönlichkeitsstörungen. Der Narzissmus gehört dort dazu. Das heisst, in der Kindheit oder in der Jugend ist die Entwicklung an einem bestimmten Punkt so gestört worden, dass die Persönlichkeit sich eben in diesem Teil nicht weiterentwickeln konnte. Da gibt es ganz verschiedene Persönlichkeitsstörungen. Auf die will ich jetzt nicht im Detail eingehen. Die narzisstische Störung zeigt sich unter anderem darin, dass der Narzisst erwartet, dass alle für ihn da sind. Das ist für ihn absolut selbstverständlich. Aber wehe, er sollte mal was für die anderen tun. Da ist er regelrecht beleidigt. Und in ganz schlimmen Fällen ist es natürlich so, dass es zur narzisstischen Kränkung kommt. Also wenn ein Narzisst von seiner Partnerin verlassen wird, kommt es nicht selten zu Stalking oder eben sogar zu Mord. Nehmen, kein Problem. Geben geht gar nicht für den Narzissen. Und allein schon von daher falle ich mit Sicherheit nicht in die Kategorie Narzissmus. Und selbst wenn, es bringt, wie gesagt, nichts, einem Narzissen das vorzuwerfen. Wir gehen doch auch nicht zu einem physisch kranken Menschen hin und werfen ihm vor, dass er krank ist. Es ist halt eine Krankheit. Ich werfe Donald Trump zum Beispiel auch nicht vor, dass er Narzisst ist. Für mich ist es absolut klar, dass er einer ist. Nicht er ist das Problem, sondern das Problem liegt darin, dass eine halbe Nation, also was wird das sein, um die 150 Millionen Amerikaner, nicht merken, dass dieser Mensch krank ist und ihn zum Präsidenten wählen. Und vielleicht machen sie den Fehler sogar noch ein zweites Mal. Das ist das Problem. Und nicht Donald Trump selbst. Ihm zu sagen, er sei ein Narziss, bringt überhaupt nichts. Denn wie gesagt, da fehlt jegliche Krankheitseinsicht. Und jetzt zu unserem heutigen Fall. Begonnen hat alles an einem wunderschönen Juni-Tag im Jahr 2006. Der 52-jährige Pilot Jörg Steber war ein sogenannter Himmelsschreiber. Das sind diejenigen Piloten, die mithilfe von Rauch irgendwelche Dinge an den Himmel malen, zum Beispiel für Hochzeitspaare ein Herz. Jörg Steber hat dazu sogar ein Buch geschrieben. Auch Jörg Stebers Firma hiess Himmelsschreiber und er hatte im August 2000 einen Antrag gestellt, einen Wasserflugplatz an der Norderelbe zu betreiben. Die Genehmigung wurde ihm erteilt und ab da führte Steber regelmässig Rundflüge über Hamburg durch. Wer übrigens die TV-Serie «Notruf Hafenkante» kennt, der hat bestimmt schon mal Stebers Flugzeug so in einem Zwischenschnitt gesehen. Also vor allem die früheren Staffeln. Hier an der Kehrwiederspitze ist nämlich das PK21. In Wirklichkeit ist dort, glaube ich, die Wasserschutzpolizei zu Hause. Und direkt davor im Hafen das Betriebsgebäude des Wasserlandeplatzes Norderelbe. Die Elbphilharmonie gab es damals natürlich noch nicht. Die wurde meines Wissens 2007 gebaut. Also da war der Beginn des Baus. Wir wissen ja alle, dass es viel, viel länger gedauert hat als ursprünglich geplant. Das Flugzeug, eine kanadische The Heavyland DHC-2, auch Beaver genannt. Für die Flugsimulator-Piloten unter euch, falls ihr euch wundert, woher ich die wunderbare Szenerie des Hamburger Hafens habe, die bekommt ihr gratis bei der eingeblendeten Adresse. Ihr müsst euch dort nur registrieren, dann kann man das runterladen. Manfred Siedler heisst der fleissige Mann, der in stundenlanger Handarbeit diese wunderbaren Objekte in die Landschaft gezaubert hat. Ich habe ihm 20 Euro gespendet und ich möchte auch euch bitten, ihm eine Spende zukommen zu lassen. Dann kann er uns nämlich mit weiteren schönen Szenerien beglücken. Am 2. Juni 2006 findet um 9.45 Uhr der erste Rundflug dieses Tages statt. Das ist bemerkenswert, weil sich da noch absolut keine Motorenprobleme gezeigt haben. Falls die Passagiere dieses Flugs dieses Videos sehen, wäre es schön, wenn sie vielleicht einen Kommentar hinterlassen. Es würde mich interessieren, was das mit einem macht, wenn man weiss, man ist gerade noch davongekommen. Die nächsten Passagiere haben es nicht überlebt. Der nächste Flug beginnt um 10.30 Uhr. Ein zwölfjähriger Junge hat einen 20-minütigen Rundflug durch den Hamburger Hafen von seinem Stiefvater geschenkt bekommen. Der Stiefvater nimmt vorne beim Pilotenplatz, der Junge zusammen mit drei weiteren Fluggästen auf den hinteren Sitzen. Der Start erfolgt zwischen den St. Pauli Landungsbrücken und der heutigen Elbphilharmonie. Jörg Steber musste sich bis dahin nie damit beschäftigen, was bei einem Motorausfall passieren müsste. Seine Beaver besitzt nur Floats, also Schwimmer und kein Fahrwerk. Bei manchen Wasserflugzeugen kann man durch die Floats hindurch ein Fahrwerk ausfahren und dann auch auf Landpisten landen. Bei der Beaver von Steber ging das leider nicht. Die Delta Foxtrot Victor India Papa hatte nur Schwimmer und konnte damit auch nur auf Wasser landen. Das Sicherste für diesen Wasserflughafen wäre gewesen, wenn man weiter die Norderelbe ostwärts steigen könnte. Dann hätte man bei einem Motorausfall nach dem Start die Möglichkeit, gleich wieder im Wasser zu landen. Stattdessen verlangten die Lärmvorschriften, dass kurz nach dem Start eine Rechtskurve ausgeführt wird. Unter uns gesagt, warum man in einem Hafen, wo ja auch sonst einiges los ist, Lärmvorschriften für Flugzeuge braucht, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Aber vielleicht gibt es ja Insider, die uns da aufklären können, wie das genau ist. Es kommt mir ein bisschen so vor, wie in Bern habe ich das mal erlebt. Da hat man ein günstiges Bauland bekommen, weil es in der Nähe eines Flugplatzes war. Und kaum war man dort und hat sein Haus gebaut und lebt dort, beginnt man zu motzen wegen Fluglärm. Was ich sagen will, wenn die Sicherheit Priorität gehabt hätte vor der Lärmempfindlichkeit einiger Anwohner, dann würden alle Insassen dieses Fluges heute noch leben. Kurz vor Erreichen des Weddeler-Damms versagte nämlich der Motor der Beaver. Der Weddeler-Kanal ist aufgrund von Brücken- und Schiffsverkehr ungeeignet für eine Notwasserung und wahrscheinlich hätte Stäbe den auch nicht erreichen können, denn die vollgeladene Beaver mit ihren Schwimmern hat ganz schlechte Gleitfähigkeiten. Kurz bevor die The Heavyland DHC2 den Weddeler-Damm überquert, hören Zeugen, wie der Motor aussetzt. Daraufhin beobachten sie, wie das Flugzeug an Höhe verliert. Ein letzter Funkspruch des Piloten ist unverständlich. An Bord des Flugzeugs ist ein Feuer ausgebrochen. Der Pilot versucht noch, eine Notlandung auf der Gleisanlage des Hafenbahnhofs Hamburg-Süd vorzunehmen. Dabei berührt die Maschine zunächst mit der rechten Tragfläche den Boden, dann reissen die Schwimmer ab und landen auf einem Waggon. Rumpf, Motor und Heckteil und beide Tragflächen stürzen auf ein Gleis und gehen in Flammen auf. Vier der sechs Insassen sind sofort tot, darunter der zwölfjährige Junge. Besonders tragisch, die Mutter des Jungen sieht diesen Absturz von der Abflugstelle aus. Der Pilot und der Stiefvater des zwölfjährigen Jungen können sich aus dem Wrack befreien. 80% von Jörg Stebers Haut sind verbrannt. Die Überlebenschancen sind extrem gering. Steber erzählt den Ersthelfern, er habe einen Druckabfall erlebt. Gemeint ist wahrscheinlich ein Abfall des Ladedrucks, also des Manifold Pressure. Am Tag nach dem Absturz erliegt auch Jörg Steber seinen schweren Verletzungen. Der Motor der DHC2 war ein Jahr zuvor grundüberholt worden, wobei der Pilot viele Wartungsarbeiten selbst ausführte. Im Wrack wurden Treibstoffschläuche verschiedener Länge gefunden, aber sie konnten aufgrund des hohen Zerstörungsgrades nicht mehr richtig zugeordnet werden. Es gibt eine Vermutung, dass möglicherweise ein zu kurzer Treibstoffschlauch verwendet worden ist, aber sicher ist das nicht. Sicher ist nur, dass es ein Leck gab zwischen der Treibstoffpumpe und dem Vergaser und dass es zu einem Motorbrand kam. Ebenso ist die Behörde der Meinung, dass Steber keine Möglichkeit gehabt habe, eine geeignete Wasserfläche zum Landen zu finden nach dem Motorausfall. Jörg Steber galt als erfahrener und verantwortungsbewusster Pilot mit über 1000 Landungen pro Jahr und das während vieler Jahre. Der Wasserlandeplatz Norderelbe wurde 2013 geschlossen, entweder aus Sicherheitsgründen oder weil es niemanden mehr gab, der diesen Wasserlandeplatz betreiben wollte, vor allem mit diesen Lärmauflagen. Himmelsschreiber gibt es in der Zwischenzeit wieder und sie arbeiten mit Hightech. Mit mehreren Flugzeugen, GPS und einer zentralen Steuerung ist es heute möglich, solche Botschaften an den Himmel zu schreiben. Der Schriftzug «Bleibt gesund» war während der Corona-Pandemie am Münchner Himmel zu sehen. Und diesen Wunsch gebe ich heute weiter an meine Community. Die Schriftzug «Bleibt gesund» war während der Corona-Pandemie am Münchner Himmel zu erinnern. Die Schriftzug «Bleibt gesund» war während der Corona-Pandemie am Münchner Himmel zu erinnern. Die Schriftzug «Bleibt gesund» war während der Corona-Pandemie am Münchner Himmel zu erinnern.